Ja, dann machen wir mal schnell und einfach eine Bregenwurst, frische, die kann ich mir dann auch gleich aufs Brötchen hauen und dann möchte ich den Rest, der übrig ist, möchte ich garen. Mal ausprobieren, ich muss nicht mal alles in den Darm packen, weil der Darm hält das Ganze ja nur zusammen, aber ich kann das ja dann erwärmen und dazu Grünkohl essen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ja, Zwiebeln rein, Weißbrot, das mache ich jetzt erstmal klein. So, dann, hier habe ich Hackfleisch gemischt. Kommt rein. Gewürze hinzu. Aber jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte das Ganze ja nur mengen. Das heißt, das Messer muss raus. So. Und das kommt jetzt rein. Ja, so ja, mein Deckelchen. Und jetzt... Und jetzt... Zwischendurch das Ganze mal wieder runterdrücken. Gewürze hinzu. Deckel drauf. Werken. Mogolle. Wägen. 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 riechen tut er schon ganz gut so kommt das ganze hier mein bildchen noch mal hier rein so kommt das ganze hier rein So, meine Damen, meine Herren, werde ich das Ganze probieren. Schmeckt lecker. Guten Appetit, schmeckt einfach lecker. Guten Hunger, hier in meinem Grät. Rippchen, Bauchfleisch und Grünkohl. Und natürlich ein bisschen Senf, einfach nur lecker. Ja, ich kann nur sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Ciao, euer Micha, diese Butze, ciao.